Wir probieren in Richtung Norden, Westen und Südde. Bitte, es geht weiter. Das ist die Ausdäumung, die wir morgen abholen, denn wir gehen mit der Beispolizei in der Hagenhabe und die Beispolizei in der Hagenhabe. Freiheitsverschlechtung, aha. In Berlin, die sich probieren für Palladierschäure. Sie müssen noch auf ein einzelneses Verschlecht. Jä'. 6.43 Uhr Sind wir bei 6.00 Uhr Live Live Sind wirgeteilt hier überall Die Familien mit Einheiten Ho θα вниз Beorihil bye Jake Live Vier Wir sind Wald Wie? Aber ich möchte, dass es geteilt wird, überall. Wir sind für viele Einheit. Ich hab jetzt hier... Es wird immer gesagt, das haben wir 6.000 Frauen. Widerschaftskamera, das ist die Hand. So? Ja? Ja. Da ging es ja auch schon die Mädels an. Ich will da mal die Nummern kontrollieren, ne? Wenn ich finde ich schon 210 auf ein paar Leute drauf, fehlt ein paar Polizisten, das wäre der Hammer. Der war so krass drauf, der Typ. Ich bin Rechtsanwalt und die Polizei lässt sich... Ist das ein Anschlag, oder was? Das ist doch völlig normal. Das ist krass, ja. Das ist furchterlich. Aber das ist das Schlimme. Die werden von uns bezahlt. Und den gehen uns vor. Wir zahlen euch und ihr ein paar Arschte. Das macht ja nichts. Das ist doch ein Reiter. Da steht ihr da. Voll gepumpt. Jetzt war ich noch auf eurer Seite. Und jetzt muss ich sagen, das ist eine richtige Lieseraktion. Doch, die können was dazu machen. Ja, aber das Schlimme. Sie machen mit. Das ist strafbar, aber dass sie mitmachen, der Schei. Ja. Ja, was ja ganz gut solltet. Achtung. 12, 21, 12, 21, 12, 21. Die haben alle genau die gleiche Nummer. Die haben alle die gleiche Nummer. Die haben alle die gleiche Nummer. Die haben wirklich alleine. Die haben alle die gleiche Nummer. Die haben hier alle die gleiche Nummer. Die haben alle die gleiche Nummer. Ansonsten begegnet sich in dem Bereich polizeilicher Maßnahmen in Form von Identitätsfeststellung und Freiheitsbeschränkung. Leute, das sind anonyme Schläger der Polizei. Alle die gleiche Nummer.